Der geheime Freund Mia saß auf ihrer Veranda und starrte auf den Laptop. Sie hatte von einem Online-Sprachaustausch gehört und beschloss, es auszuprobieren. Vielleicht finde ich einen geheimen Freund in einem anderen Land, dachte sie. Mia meldete sich auf der Plattform an und begann, mit Leuten aus verschiedenen Ländern zu sprechen. Schließlich fand sie einen Partner namens Diego, der in Spanien lebte. Die beiden begannen, Nachrichten auszutauschen. Mia erzählte Diego von ihrer Schule und ihrem Lieblingsessen, während Diego von seiner Familie und seinem Alltag berichtete. Ich würde gerne eines Tages nach Spanien reisen, schrieb Mia. Und ich würde gerne deine Stadt besuchen, antwortete Diego. Mit der Zeit wurden Mia und Diego enge Freunde. Sie teilten Geheimnisse, lachten über Witze und trösteten sich gegenseitig bei schlechten Tagen. Ich kann es kaum erwarten, dich endlich persönlich zu treffen, schrieb Mia aufgeregt. Eines Tages kam die Gelegenheit. Mias Familie plante einen Urlaub in Spanien. Ich werde dich endlich treffen, rief Mia in den Laptop. Als der Tag kam, konnte Mia vor Aufregung kaum schlafen. Endlich traf sie Diego am Flughafen. Es ist, als würden wir uns schon ewig kennen, lachte Mia. Ja, es ist, als hätten wir immer schon Freunde sein sollen, stimmte Diego zu. Die beiden verbrachten eine wunderbare Zeit zusammen, erkundeten die Stadt, lachten und genossen die gemeinsame Zeit. Ich bin so froh, dass ich dich als meinen geheimen Freund gefunden habe, sagte Mia zu Diego. Und ich bin froh, dass du meine geheime Freundin bist, antwortete Diego mit einem Lächeln. Mia wusste, dass sie nicht nur einen geheimen Freund gefunden hatte, sondern auch einen Freund fürs Leben. Ja, ich bin froh, dass sie nicht viel. Untertitelung des ZDF, 2020